Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich fühle mich sehr, sehr emotional, zurück zu meinem Land. Ich habe so viele Monate und Jahre gedacht, ich habe die Stunden, die Minuten und die Sekunden, um zu sehen, die Lande, die Gräse, die Sky zu sehen. Ich fühle mich so emotional, overwhelmed. Ich kam down die Stairs, und die Airlines Trade Union war da, um mich zu begrüßen. Und sie waved ihre Hände, und ich war einfach overwhelmed. Und ich hoffe, dass ich die große Erwartungen, die die Menschen hier haben. Und ich fühle mich so stolz von den Menschen in Pakistan. Ich fühle mich so sehr stolz von ihnen. Es tut uns, wenn die Leute sagen, dass Terroristen, wenn sie in London kommen, sie in London kommen, sie in Deutschland, sie in Deutschland plotten, sie in Deutschland, sie in Deutschland machen, sie in anderen Ländern haben, ihre Trailerin zurück. Das ist nicht die Realität von Pakistan. Die Leute, die Sie draußen sehen, sind die Realität von Pakistan. These sind die decent, hard-working, middle-classes und working-classes von Pakistan, die wollen, dass sie empfohlen, so dass sie eine moderne, moderne Nationen können, wo alle Ereignisse haben. Das ist die Realität von Pakistan. Und wenn wir eine Demokratie bekommen, das ist die face von Pakistan, die Welt sehen, nicht die face von den Extremisten.